Hey Freunde, was geht? Ich will nur eine kurze Stellungnahme machen, warum jetzt so lange keine Videos gekommen sind. Erstens einmal wollte ich eine kleine Pause machen und ich wollte euch mit einem Europa-Reise-Reise-Vlog überraschen. Wäre richtig geil gewesen, leider bin ich nur nach München gekommen und am ersten Tag ist das da passiert. Und ja, ich zeige euch einmal Bilder von meinem Fuß. Da, 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 überall Bilder. Und ja, es werden jetzt wieder mehr Projekte kommen, also mehr Videos. Ich schaue euch das alles unter den Hut bringen. Und ja Leute, schönen Sommer. Also, ich mache eh wieder mehr Videos. Keine Sorge. Tschau Leute.